Gratis Kryptowährung bekommen Ja, herzlich willkommen liebe Zuschauer. In diesem Video geht es darum, wie kann man gratis Kryptowährung bekommen. Ich werde euch einige interessante Projekte zeigen, wie ihr wirklich auch gratis an Kryptowährung rankommt, was es für Möglichkeiten gibt, Kryptowährung zu verdienen. Und sie sind zwar jetzt gratis, aber wenn sie natürlich ihr einige Coins kriegt von einigen Projekten und die auch eine Wertsteigerung hinlegen, kann man da wirklich auch super, super Geld mit verdienen. Ich zeige euch wirklich lukrative Projekte und wo ich wirklich in Zukunft auch einen Mehrwert sehe, wo es der ganze auch einen Sinn ergibt, dass man mit den Kryptowährungen auch eventuell Geld verdienen kann. Ich würde sagen, wir gehen an meine PC und wir starten jetzt und ich würde sagen, bis gleich. So, wir sind zurück an meinen Computer. Ich zeige euch jetzt wirklich ganz, ganz tolle Sachen hier, wie man gratis Kryptowährung verdienen kann, ohne eine Einzahlung zu tätigen. Und das Erste, was wir hier schon sehen, ist ja einfach hier mein Tab, den ich offen habe. Und man sieht hier schon, oben wird hier schon gerechnet, wie viel Werbung jetzt geblockt worden ist von meinem Webbrowser. Und ich nutze den Brave Browser und man sieht hier schon meinen monatlichen Verdienst. Hier auf der rechten Seite ist ungefähr fast 3 Dollar. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Internet surfen gehe, ob jetzt mit dem Computer oder mit meinem Handy, ist es so, dass es Werbeeinblendungen gibt und durch diese Werbeeinblendung verdiene ich Rewards, also Belohnung. Und so kann man sich natürlich ein schönes Einkommen noch aufbauen. Nebenbei, ich mache das Ganze jetzt nicht mal ein Jahr, ich schätze es in ungefähr 9 Monaten. Und wenn wir jetzt mal schauen, was jetzt bei mir rausgekommen ist, dann wird es den einen oder anderen überraschen. Weil hier, wie sehen wir jetzt, es sind hier 112 Schweizer Franken drauf. Das sind ungefähr, ja, so knapp 105 Euro. Das Ganze habe ich jetzt in knapp 9 Monaten verdient. Man muss natürlich noch sagen, durch die Kursgewinne von Basic Attention Token steigt dieser Betrag natürlich auch. Und ja, ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, weil im Internet surft man sowieso. Und wenn man nebenbei dann dafür noch Geld verdient, ist es auch wirklich eine klasse Sache. Und es gibt nicht viele Browser, die wirklich so viel abwerfen. Und mit dem Brave Browser, muss man auch sagen, ist man viel, viel schneller im Internet unterwegs, weil er einfach auch viel Werbung blockt und nicht zulässt. Es ist wirklich eine klasse Sache. Und wenn wir das Ganze jetzt mal hier 2, 3 Jahre machen, dann stehen hier vielleicht mal schnell mal, vielleicht sogar 500 Euro. Und das einfach nur mal so nebenbei, ja. Also es ist wirklich schon eine geniale Sache. So, kommen wir zum nächsten, wo man noch Kryptowährungen verdienen kann. Das ist hier auf Coinbase. Hier kann man sich im Education-Bereich, kann man sich hier, ja, sozusagen so ein Lernprogramm durchmachen über die verschiedenen Coins. Und jetzt kann man hier zum Beispiel über den XLM, ja, über den Stellar Unumens kann man hier 50 Dollar verdienen. Man könnte jetzt hier den nächsten Coin machen, das ist der Graph, 3 Dollar verdienen. Im Endeffekt arbeitet man hier so ein Lernprogramm durch, wo der Coin sozusagen erklärt wird. Und als Belohnung kriegt man hier dieses Geld. Und ich finde das noch eine ganz coole Sache, weil erstens lernt man was über Kryptowährungen. Und zweitens, ja, jeder, der jetzt nicht so viel Geld hat, kann hier auch mal schnell gutes Geld verdienen. Man sieht ja auch jetzt hier, Celo 6 Dollar oder zum Beispiel bei Compound zahlen die sogar 59 Dollar, um einfach mal hier so einen Videokurs durchzuarbeiten. Also ich denke wirklich, das ist eine klasse Sache. Und wenn man das mal aufrechnet, wenn man die Kurse an alle in einem Tag durchmacht, kann man hier schnell mal auf vielleicht sogar 150 Dollar kommen. So viel verdient der ein oder andere nicht mal, ja, in zwei Tagen, wenn er ganz normal arbeiten geht. Also wirklich eine ganz, ganz coole Sache hier. Was hier Coinbase anbietet, die muss man auch relativ schnell sein. Wenn eine gewisse Anzahl an Leuten erreicht ist, dann fällt diese Coin sozusagen weg und auch die Belohnung, ja. Also es ist wirklich noch eine ganz coole Geschichte hier. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, ja, das ist hier StormX. Ich habe StormX schon in einem separaten Video vorgestellt. Ich werde hier jetzt das Video kurz einblenden und auch in der Beschreibung reinmachen. Da kann man sich das Ganze ganz genau angucken, worum es da bei StormX geht. Bei StormX geht es nämlich darum, um gratis Kryptowährungen zu verdienen. Hier kann man das Ganze sich runterladen als App. Dann kann man hier Online-Umfragen machen. Man kann hier eine Cashback-Karte nutzen und so natürlich auch Cashback kriegen für die Einkäufe. Man kann hier auch Spiele spielen, wo man noch Cashback kriegt und sogar noch Staking betreiben, wo es dann auch Coins noch oben drauf gibt. Also sie lassen sich einiges einfallen. StormX ist wirklich eine coole Sache. Ist nicht zu unterschätzen, was da auch zusammenkommen kann. Auch eine wirklich ganz, ganz coole Geschichte, was hier StormX anbietet. Wie gesagt, schaut euch mal ein separates Video an, denn wisst ihr auch mehr über StormX. Was jetzt auch nochmal eine richtig coole Variante ist und so, so simpel. Ich bin jetzt mal hier auf Bitpanda. Man kann jetzt zum Beispiel auch Bitwala nutzen. Da kann man ganz einfach jemandem sagen, hey, ich habe gehört, du möchtest in Kryptowährungen investieren. Ich schicke dir jetzt mal meinen Referral-Link, meinen Empfehlungs-Link. Derjenige meldet sich an unter eurem Link und ihr bekommt dann, wenn er eine Einzahlung tätigt, bei Summe X, ja, das ist meistens nicht viel, ja, und meistens unter 100 Euro bekommt ihr dann eine jeweilige Belohnung. Hier bei Bitpanda bekommt ihr 10 Euro. Jeder sogar, ja, derjenige, der den Link nutzt und was einzahlt und der Empfehlungsgeber, jeder 10 Euro. Und bei Bitwala sind es sogar, kriegt derjenige 15 Euro, kriegt derjenige sogar geschenkt, wenn er da auch eine Einzahlung tätigt und einen kleinen Teil, glaube ich, wird er dir auch noch mit vergütet. Es gibt auch ähnliche Modelle wie bei Binance noch, wo ihr noch ein Leben lang auf die Transaktionskosten noch eine gewisse Gebühr kriegt. Das heißt, über diese Exchange, über diese Krypto-Anbieter kann man sich wirklich auch ein gutes, passives Einkommen aufbauen. Wenn man jetzt natürlich ein Leben lang an seine Binance-Refels Geld verdient oder ist bei Bitpanda, empfehle ich das jetzt mal 10 Leuten, die da mit handeln. Und ich habe da jeweils, ich habe da 100 Euro zusammen bei 10 Leuten. Ist es, denke ich mal, auch eine ganz gute Geschichte, wo man hier wirklich noch schnelles Geld mit verdienen kann, ja. Auch eine ganz, ganz coole Sache. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt, das ist hier Free Bitcoin. Das Ganze läuft schon fünf Jahre, muss man wirklich sagen, es läuft schon wirklich sehr, sehr lange. Und es geht hier darum, man kann hier, ja, jede Stunde kann man hier praktisch so Zahlen drehen, ja. So eine Art wie Lotto. Und man kann in der Stunde bis zu 200 Dollar gewinnen. Also 200 Dollar wird aufgeteilt in mehreren Preisen. Und das Ganze funktioniert, wie gesagt, schon einwandfrei nach fünf Jahren. Man kann hier auch noch verschiedene Spiele spielen. Es ist, sage ich mal, hier ein langjähriger Prozess, ja. Also ich habe das Ganze mal getestet, irgendwie sechs, sieben Monate. Ich glaube, ich bin da knapp auf 50 Dollar gekommen. Aber auch durch den Bitcoin-Anstieg natürlich, ja. Ist jetzt, sage ich mal, die letzte Variante, die ich empfehle. Aber ist jetzt auch nicht schlecht, wenn man hier ein bisschen Zeit hat. Einmal eine Stunde mal draufdrücken, machen es ein Glück, versuchen. Und versuchen, ob man die 200 Dollar erreicht. Und wenn man eine gewisse Anzahl an diese Rewards-Punkte hat, kann man das Ganze auch über ein Bot laufen lassen. Dann gibt es eine Extra-App. Und die App dreht jede Stunde für einen. Das heißt, in der Zeit, wo ihr schlafen geht, habt ihr die Chance auf, ja, wenn ihr acht Stunden schlafen geht, habt ihr die Chance auf 1.600 Dollar zu gewinnen im Schlaf. Weil der Bot dann für euch dreht, aber ihr braucht genug Rewards. Und ich denke, es ist noch eine ganz coole Sache hier, wie gesagt, weil es auch schon sehr, sehr lange läuft. Und gerade auch, wenn man das wirklich ernsthaft betreibt, ja, nicht irgendwie nur so ein paar Wochen oder einen Monat. Wenn man das Ganze wirklich mal ernsthaft betreibt, so wie ich, und das Ganze mal neun Monate macht und da mal jede Stunde mal kurz draufklickt, kann man hier, denke ich, noch mit der Kurssteigerung auch noch gute Gratis-Kryptowährung verdienen. Und wenn man das Ganze mal zurückrechnet, man hätte das jetzt von Anfang an gemacht, ja, bei 5 Dollar. Nicht bei 5 Dollar, sondern vor 5 Jahren. Dann kann man natürlich sagen, mit dem Bitcoin, wo er damals stand und heute, denke ich mal, hätte man jetzt auch hier wirklich mit 2 Sekunden Arbeit in der Stunde auch locker mal 3.000 bis 5.000 Dollar verdienen können in diesen 5 Jahren. Einfach auch durch diesen Kursanstieg von Bitcoin. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Auch da tue ich den Link in der Videobeschreibung rein. Könnt ihr hier gerne draufklicken. Das Ganze gleich nutzen, dass ihr auf die richtigen App kommt. Einzahlen würde ich jetzt hier erstmal gar nichts. Ja, testet das einfach mal so zum Spielen. Und ja, ich denke, es ist noch eine gute Empfehlung, wenn man es hier ganz auch ernsthaft betreiben will. Ja, liebe Leute, das war es schon gewesen, ja, vom Video. Das waren jetzt mal hier so gute 5 Tipps, wo man hier, ja, gratis-Kryptowährung kriegen kann. Also mal 5 Seiten, sage ich mal. Tipps waren wahrscheinlich jetzt über 8 gewesen. Weil manche Seiten bieten jetzt mehr an, so wie StormX, wo man noch, ja, eine Seite, wo man mehrere Varianten hat, Kryptowährung zu verdienen. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben in eine Variante, ob ihr noch irgendwie eine gute Empfehlung habt, wo man gratis-Kryptowährung verdienen kann. Oder ob ihr sogar jetzt irgendwo hier auf irgendeiner Plattform sogar das Ganze nutzt und wie eure Nutzererfahrungen sind. Ja, vielleicht war es schon mal auf Coinbase gewesen, habt diese Education Tools durchgemacht. Oder vielleicht seid ihr auch selber mal bei Bitpanda aktiv geworden und habt da mal ein paar Raffles eingebaut. Gebt mir doch da gerne mal Bescheid in den Kommentaren. Würde mich noch sehr, sehr interessieren. Und wenn ihr weiterhin an, ja, an das Thema Geld verdienen im Internet interessiert seid, gerade auch mit dem Fokus Kryptowährung, dann abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da, ein Like tut nicht weh. Teilt dieses Video, wenn ihr vielleicht Leute habt, die Kryptowährung verdienen wollen, die jetzt sagen, hey, ich brauche ein bisschen Geld im Monat, kannst du mir bitte helfen, dann teilt dieses Video und die können hier mal ein schnelles Geld verdienen über eine sehr, sehr saubere Sache und, ja, ich freue mich auf euch in das nächsten Video. Ich wünsche euch alles, alles Gute, euer Marc Spiering. Ciao, ciao.